Hallöchen YouTube, willkommen zu einem 1 Stunde in. Wir sind gerade mitten im Tutorial und ich nehme euch direkt mit. Ne, wir haben schon so ein bisschen, ja, war schon so ein bisschen Tutorial. Aber ja, es ist Sonntagabend, es ist Montagabend, aber egal, es ist Sonntagabend und wir dürfen Tagebuch führen. Mensch, ja, 1 Stunde in Persona 5. Kannst du hier Tagebuch schreiben? Untersuchen. Äh, Tagebuch, Tagebuch. Also Tagebuch ist einfach nur abspeichern, wild. Options ist Tagebuch. Ja, jetzt dachte ich, da würde man wirklich irgendwas reinschreiben, aber es ist einfach nur speichern. Ist ein bisschen, damit ich jetzt ein bisschen enttäusche, tatsächlich, aber gut. Ja, willkommen YouTube, 1 Stunde in zu einem Spiel, was mir der gute Tobi Potato mal geschickt hat. Und Hallöchen Macho, gerade ist die YouTube-Aufnahme pünktlich ins Video gekommen, in den Stream gekommen. Und ja, wir schauen sich mal ein bisschen, ja, keine Ahnung. Persona 5 an, weil mein Handy klingelt. Scheint von unten. Achso, nein, 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 mein Handy klingelt nicht. Mein Handy klingelt nicht. Das Telefon klingelt. Ich dachte, ich soll das Kaffee in Ruhe lassen. Naja, mit dem Telefon, ich gehe mal ran. Hey, es ist mir. Ist das ein Shirt? Du hast wirklich meine Sprache vergessen? Es ist Sakura. Insofern, ich klingelte die Shop und ich vergesst, dass ich das Signale verknüpfen habe, wenn ich ging. Es ist zu viel Problem, um mich zurück zu kommen, nur für das. Ich glaube, du kannst es für mich machen. Keine Lust. Du nimmst das... Okay. Das ist auch so ein richtiger Frauenheld oder so. So, drehen wir mal das Schild um. Ich will nicht rausgehen. Also, du willst halt echt nicht. Also, wir müssen es von außen umdrehen. Ja, okay. Warum kann man es von außen umdrehen? Das ist ein bisschen unlogisch. Aber gut. Man muss es von außen machen. Habe ich es gemacht? Ja, keine Ahnung. Können wir aufräumen? Können wir die Lebensmittel klauen? Kann man sich nichts nehmen, ohne zu fragen. Sehr ehrenhaft für einen Schwerkriminellen. Ja, mir geht es soweit gut. Und hier? Ein paar Kaffeemaschinen. Ja, gut. Gehen wir mal schlafen. Wir wollen ein bisschen Action erleben. Und jetzt denken wir nicht, dass wir hier weiter Action erleben wollen. Deshalb gehen wir nach oben. Sollt ihr echt vorm Schlafen gehen noch mal Pissen gehen? Machen wir mal. Machen wir mal. Jedes Spiel, in dem man auf die Toilette gehen kann, ist ein gutes Spiel. Und auch hier können wir das machen. Sehr gut. Was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Hm. Ich sollte schlafen gehen, damit ich morgens früh fit bin. Aber nochmal die Blase lernst. Immer gut vorm Schlafen gehen. Meistens tue ich das sogar zweimal. So, gute Nacht. Schlafen. Ba, ba, ba. Okay, ich muss wohl nach Shibuya und dann umsteigen. Ja, Shibuya kennt man aus, ähm, Kingdom Hearts 4. Wieder, was, was zu dem U-Bahn-Unfall? Klingt jetzt wie viele Verletzte. Das wird morgens sicher nicht nach Plan fahren. Hm, diese komische Web von gestern Nacht wieder. Hm. Ja komm, klingt nochmal drauf. Ja, da erinnere ich mich dran. Ich will sich neues Handy kaufen. Ich starte lieber mal mein Handy neu. Ah. Hilft potenziell auch, wenn der Akku ein bisschen fehlerhaft ist. Meine Augen, die da wären schon wieder ganz schwer. Ich glaube, ich sollte lieber aufhören, diese Apps zu löschen. Ich glaube, das wäre mal eine Sache. Heute fängt die Schule für mich an. Hoffentlich finde ich es hin, ohne mich zu verlaufen. Ich will nicht gleich am ersten Tag zu spät kommen. Ich gehe jetzt lieber. Gut, wir schaffen das. Tschüss. Naja, ich bin jetzt auch nicht so spannend, muss ich zugeben. Was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Wer denkt denn, wenn er auf Klos über Dinge nach? Man geht rauf, kackt und hört dann wieder auf. Nein, ich warte nicht. Curry? Das ist mein Frühstück. Was ist denn schon ein wildes Frühstück? Also passt zu mir auf jeden Fall. Aber ja. Es ist Zeit für dich zu gehen. Danke für das Essen. Ja, Daddy. Oh. Das war gerade auch mein Gedanke. Machen sollte es. Okay, verstanden. Nicht vergessen, das für mich zu tun, okay? Nun, du hast es besser rausgekommen. Du wirst es bald sein, wenn du verloren bist, Countryboy. Na, ich warte locker von alleine. Ich dachte, ich müsste wirklich daran decken und er würde mich dann aufschimpfen, wenn ich es jetzt nicht mehr gemacht habe. Kannst du dich da umdrehen? Na gut. Was ist denn? Kannst du dir helfen? Wo ist die U-Bahn-Station? Verlass die Seitengrase, dann links bei der Kurhe. Von da aus ist die Hauptstraße. Okay. Wenig eng. Beeil dich lieber. Die U-Bahn sind wegen Unfällen. Sowieso ist es so spät. Na, ich weiß noch, wo die U-Bahn ist. Weiß ja noch von gestern. Wir nehmen die U-Bahn. Ich hab... Ja doch, die müsste hier gewesen sein. Na, hier ist ein Fragezeichen. Dann gehen wir jetzt hin. Ja, ja. Yong, Yong, Yong. Yong, Yong. Was steht da gerade? Yong, Yong, Yaya, U-Bahn-Steig. Hallo, weg da. Ich will hier rein. So viele Menschen auf so engen Raum eingefärft. Die Gerüchte über die U-Bahn von Tokio sind wahr. Die Signing ist oben auf dem LCD-Bildschirm. Der Unfall von gestern hat wohl noch einige Nachwirkungen. Shibuya, this is Shibuya. So, Shibuya. Ja, ich freu mich auf Kingdom Hearts 4. Ich bin gespannt, wie das wird. Ähm. Da ist ein Geldautomatisch für Geld abheben. So, weg hier. Ich bin hier. Hier fährt man Informationen zu den Zugverspätungen. Ja, und was sind diese Informationen? Piep. Ähm. Steig in die Ginza... Ah, es soll umsteigen. Okay, in die Ginza-Linie. Okay. Ist die gelbe, ne? Ja, das ist sowas mag ich. Sowas mag ich auch im Äften nehmen. Einfach, wenn du es irgendwo an einem anderen Land und musst erst mal die U-Bahn zurechtkommen. Sowas mag ich. Sowas auch über die gelbe Linie. Die ist hier oben. Nicht hier. Hallo. Okay, ich nehme die Treppe. Sehr gut. Ich will nicht exit hier die Ginza-Linie. Ginza. Ginza. Ich sag Ginza. Nein, da steht Achtung Rutschgefahr. Man darf da langlaufen. Ist schon ein bisschen dreist. Na gut. Aber ganz ehrlich. Ich... Was ist denn das? Was ist das? Ich würde dir anzeigen. Dann gehe ich halt hier hoch und versuche... Dann, ja, keine Ahnung. Gehe ich halt da drüben wieder runter, ne? I guess. Shibuya-Station. Äh... Ja, theoretisch muss ich hier rein, ne? Da soll es dann auch irgendwo aus der Genji-Linie gehen. Okay. Links, okay. Ich will, ich will, ich will meinen Kopf auf deine Schulter legen, Marvin. Ähm, ich will nicht zum... Ja, will ich zum Fahrkartenschalter? Das bedeutet mir sehr viel, dass du noch existierst. Ähm, links. Ich soll hier lang gehen, wie sagt er. So gehe ich jetzt hier lang. Wahrscheinlich dann eher nach unten, ne? Ey, hier ist doch die Ginza-Linie. Dann gehe ich halt hier hoch. Äh, doch, da oben steht es. Okay. Das war nur ein bisschen... Ah, doch, Ginza-Linie. Okay, ich habe nur das Wort Fahrkarten-Schalter gelesen. So. Piep. So. Es wird schon... Es wird schon die richtige Richtung sein, wenn nicht, ob ich halt Pesche. Die Tür ist nicht zugegangen. Oh, Mann. Hat es gesagt, es wird heute Morgen? Huh? Es ist draußen draußen? Es hat sich plötzlich angefangen. Das ist, warum ich den frühen Spring liebe. Es erinnert mich. Hat er ein Umbrella genommen? Hm? Wer ist es? Nicht mich. Also, was wird es sein? One Houseblend, bitte. Die Effekte von gesternes Subway-Akziden weiterentwickeln heute Morgen, als verschiedene Linien verletzieren, und... Es hat viele Schöne-Akzidenen, seitens. Du weißt, ich meine, der Subway-Akziden, die die Nachrichten sprechen. Mein Körner hat sich in den Krankenhäten und ist in der Krankenhäten. Aber das, es ist ein bisschen verrückt. Die Menschen, die diese Schöne-Akzidenen, verletzend waren, all of a sudden. Ich habe gehört, dass einige von ihnen souffert von nervösen während der Interrogation. Früh am Morgen, am 11. April, das ist Aoyama Ichome, es hat etwas gedauert, am Ende habe ich es doch geschafft. Verhalte dich wie ein braver Schüler und schluck alles, was du bekommst. Okay, erstmal skippen, aber ja, die Katrin kenne ich. Ich glaube. Ja, ja. So. 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 Das war's für heute. Kamoshida? Welches Schloss? Ein ordinärer Junge vor allem. Ich glaube schon. Ich bin ganz Trubis Meinung. Mir wird so schwindelig. Ich habe so viele Drogen genommen letzte Nacht. Ich will auch nach Hause. Ich will zu meinen Eltern zurück. Äh... Hilfe? Achso, okay. Was heißt das? Es gab einen schrecklichen Subway-Akzident. Du erinnerst es, nicht wahr? Ich glaube, du kennst die Aufruhr, die das Publikum die psychotische... Er will sich weder ärgern, noch stimmt er dir zu? Er will einfach nur zeigen, dass er auch noch da ist. Ich glaube. Äh... Was heißt das? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Aber wir scheinen dieser Frau jetzt zu vertrauen, also... Naja... Wir... sagen wahrscheinlich die Wahrheit soweit. Wenn es regnet, er packt dein Handy weg. Wenn es regnet, er packt dein Handy weg. Was? Was? Wir sind nicht falsch. Ja, das sollte richtig sein. Was passiert hier? Ich glaube, wir müssen einfach nachdenken und fragen. Was? Hm... Ist das unsere Schule? Es sollte sein. Es sagt Shuzhin an der Garten. Was ist hier passiert? Aus Service? Woher enden wir uns? Die Diggi-Wild. Willkommen zurück. Äh... Ja. Right? Du siehst es auch? Jees... Du freust mich aus. Wer bist du? Du... Du bist ein Student? Man... Dein Kostüm ist sehr beeindruckend. Ist das Armour real? Komm schon! Nicht nur stand da und sagen was! Hey! Was ist passiert? Das muss ein Streif sein. Das muss ein Streif sein. Ja... Alles klar! Ja... Mach es! Ja... Geh sie weg! Ähm... Ja komm, speichern mal ab. Dann zeig ich euch nochmal wie das Speichermatür aussieht. Ich habe übrigens auf Speicherplatz 3 gespeichert bei Gameboy. Ähm... Ja... Einige sollten das verstehen. Wenn man nur noch zurückdrücken muss, dann ist das einfach ein bisschen dumm. Hey! 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 Da kann man im Streif halt mehrmals abspeichern, ne? Banjo... Yooka-lay-li! Was? Ich hab mir da zu schlafen, aber ich war noch nicht so kaputt. Ist ja ok, also man ist halt da wie man da sein kann, da sein will, man muss auch nicht immer wollen, und man kann auch nicht immer, ist ja voll ok. Äh... Wo sind wir? Wie sollte ich wissen? Ich habe auch nur aufgewandelt. Sieht aus, das ist kein Traum. Gah! Was ist passiert? Hey! Lass uns hier raus! Ich weiß, dass jemand da ist! Dammit! Wo sind wir? Ist das eine Art Film? Was war das jetzt? Nein! Wir sind nicht! Woha! 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 Du schickst mich, oder? Dann wird es nur 20 Minuten, schon in einer Stunde hin und noch gar kein Gameplay. Was denken wir, das wird sich jetzt in den nächsten Minuten ändern. Gut, wir werden jetzt nach draußen. Was ist los? Wunschliches Bett. Wie lange ist das her, seit die uns KO geschlagen haben? Verdammte Scheiße. Das ist so rapponiert, das will ich auf keinen Fall benutzen. Okay. Verdammt, das ist nicht lustig. Da ist nichts drin. Okay, hab schon nachgeguckt, okay. Hast du das gehört? Du bist glücklich, dass deine Verpflichtung aufgenommen wurde. Deine Verpflichtung ist unvergleichbar. Deshalb werden sie zu Todes getroffen. Was? Sag was? Niemand ist zu tun, wie sie in meinem Kastel haben. Huh? Warte, ist das du, Kamoshira? Ich glaub du meinst, Donntag. Oder halt Donnerstag. So Leon's Dream. Aber ja, höher hat alles gut. Ähm, Kamoshira? Ich hab was weggeskippt, sorry. Ist das, wie du mit einem König sprachst? Es scheint, dass du nicht verstehst, die Position, in der du überhaupt bist. Nicht nur hast du in meinem Kastel geschlagen, hast du den Krieg, um mich zu schrauben, den König zu schrauben. Der König. Die Verpflichtung für das ist Tod. Ist fair. Ich mag sein Outfit übrigens. Ich hoffe, ich hoffe, es muss den streamen. Okay, jetzt regne ich Unterhose. Gut, gut, Glück gehabt. Das kommt nicht richtig. Das kommt nicht richtig. Das kommt nicht richtig. Er ist kein Freund. Das kommt nicht richtig. Komm schon, hurry up and go! Was ist das Problem? Zu Angst, dass du wegschrauben? Pathetische Schumme ist nicht wert, meine Zeit. Ich fokussiere mich auf diesen Weg. Geh das! Lulige Schumme! Hör auf! Hm. Warum? Hör auf! 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 Das, das hat Seymour in Final Fantasy X immer gesagt. Death awaits you. Okay, cool. Ähm, nö. Danke schön, danke schön. Noch einen schönen Abend und man liest dich. Das reicht. What was that? You desire to be killed that much? Fine. Fine. Oh. Mir ist nur kalt. Oha, ihr. Oha, ihr. Ich habe uns auf der TobiPotato auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen, ich bin aber auch nicht so ganz lächer, he he. Wenn du so möchtest, werde ich dir die Kraft geben, um durch diese Krise zu verbrechen. Check mir deine Kraft! Hm, sehr gut. Wer in der Hölle bist du? Garde! Start mit zu töten! Pokémon, der erste richtige Pokémon-Kampf jetzt, kanonisch. Also chronologisch. Töte sie wie sie, okay, nett. bite. Au Chi-Au. Das tut weh. Kann ich eigentlich auch das Ziel auswählen? Wahrscheinlich kann ich das. Wahrscheinlich kann ich das. Keine Ahnung, Persona-Skill nutzen. Ich weiß, mit dem Rechner liegt ein Stick. Aber halt schon im Vorfeld. Nicht schon, wenn ich die Kraft ausgewählt habe, sondern schon vorher. Ich bin halt einfach so gewohnt, ich wähle die Kraft aus und dann das Ziel. Aber nee, ist kein Feind, ich finde sie hier. Ich muss es einfach im Vorfeld machen. Level Up! Ich bin nicht feind, ich probiere es mal mit Miklenkampf gleich aus. Es ist halt immer so witzig, du kennst das Spiel halt richtig gut. RIPPLING! Aber halt schon so gut, dass man halt auch nicht darauf achtet, wie man mit welchen Tast man was macht. Zumindest mit der Friedrich, dann meine ich, dass du nicht zu 100% dieser bist. Aber ich denke mal, du hast recht. Fliege die Tastelle ab. Du meinst das? Nein. Okay, es ist lockt. Hey, was war das gerade jetzt? Und deine Klappen? Woah, es ging zurück zu normal. Besser Pink Unterhose als keine Unterhose, ne? Ich würde sagen, er hat nichts in der Hose, so wie es aussieht. Jaja. Glaubt ihr, er kommt davon? Ja, glaube ich. Komm, hau mal ab. Okay. Für real? Übrigens. Kling. Dankeschön. Braucht man ein Mikroskop für... So, ähm. Du hast doch einen Schlüssel. Kannst du Items nutzen? Im Menü... Ne. Ähm. Kannst du mir irgendwas angucken hier? Ich wohne, du deutschen Sklaven. Könnt doch nicht ernsthaft hoffen, mein Schloss lebendig zu verlassen. Ja. Hätten jemand die Schlüssel nicht weggeschmissen, weil wir brauchen... Wahrscheinlich die Schlüssel, die wir jetzt da verbinden oder so, den... Hätten wir nehmen. Können wir mal gucken. Ah, hier kann es drüber springen. Klappohrmütze. Und statt erstmal an meine Gesundheit zu take, um mir was zu trinken zu geben. Klappohrmütze. So. Ja, dann gehen wir mal hier raus und gucken mal was passiert. Jetzt würde ich gerne den nächsten Kampf direkt mal haben. Einfach nur für Gameplay. Und halt um meine Vermutungen hier. Um mal direkt. Für Überprüfung oder Atomic Vermutungen, ja. Hm? Was ist denn? Ja, komm, ja. Ja, komm, ja. Du, 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 du. Du, du, du. Niemand drinnen. Du, du, du. Du, du, du. 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 Hey. Du, du. Du, du, du. Du, du. Du, du, du. Du, du. Du. Das ist die Schule. Das ist die Schule. Und der Sportlehrer ist der König. Ich kann dir aber gerne sagen was die Bedingungen für das Endungen sind sobald's so weit sein soll. Aja, sehr gerne. Sehr gerne weil... ja. Ich finde es unnötig mir das zu versuepfieren. Und am besten regelmäßig speichern. Ich kann jetzt nicht speichern. Du, 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 du. Am besten noch mehrere Spielstände. Kannst du noch auf bestimmten Orten speichern. Also immer, wenn es an diesen Orten bin, speichern. Äh, X-Taste. Wird dir aber auch noch erklärt. Alles klar, okay. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Du hast immer noch nicht Birth By Sleep 0.2 platiniert, aber guckst dir dieses Wasser an. Meine Güte. Von platiniert. B, 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 B. Noch eine Stelle. Ja, das ist ziemlich, ähm, gefingert. Ey, ey, schau mal. Wir, wir haben wirklich Leute schreien gehört. Dann sind wir nicht die einzigen Gefangenen hier. Geht das ihm gut? Ich hoffe, ich hoffe, am Ende dieses Gefängnisses erwartet uns jetzt uka uka. Da hätte ich keinen Bock drauf. Hm, Brücke und ne Statue. Okay. Schon wieder ne Sackgasse. Wie ist der Hölle, kommen wir hier nur raus. Hey, du da. Hey, blond D, Wuschelköpfchen, hier drüben. Ja, was ist das Ding? Du bist nicht Soldat von diesem Kastel, richtig? Geht mich aus hier. Schau, die Karte ist genau da. Vorhin war das auch ne jugendhafte Stimme, jetzt ist ne letzte Kreatur. Alles klar. Eine Katze? Sie holen schon auf. Wie zum Teufel kommen wir hier raus? Du willst wissen, wo der Exit ist? Lass mich raus, und ich ziehe dich da. Du willst nicht getroffen und getroffen, oder? Eine Katze? Krieggefährlich. Lass mich raus. Ich zeige dir eine sicherste Weg raus. Selbst wenn du hinter den Bars bist? Das... Uh, sie haben mich einfach aus der Garten. Das ist alles. Diese Sache so, wie es alles zu sprechen. Wenn ihr glaubt, dass ihr rauskommt, dann bin ich mein Gast. Was machen wir? Was machen wir? Sie sind wirklich nicht mit uns? Wenn du nicht schnellst, dann wird sie dich verraten. Okay. Die Freiheit ist so großartig. Wo ist der Exit, du Monster-Karte? Keine Ahnung. Ich bin Morgana. Du kannst dich auf den Weg sein. Willst du wieder auf den Weg sein? Alles klar. Sieh! Ich füge mich. Und bleiben ruhig. Entfernen. Buh, 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 buh. Es ist die nächste Zeit. Sakurisan sagte, dass er die Hausse gering. Ich bin der Polizei. Ich kann es mit dem Polizieren? Nein, das wird nur noch etwas zu machen. Was würde ich tun, um das zu verdienen? Ich habe gehört, nächstes Jahr bist du bei Master fertig. Okay. Kannst du die noch mal rein? Ja gut, wir müssen wahrscheinlich hier rüber irgendwie. Also Folge Morgana. Ah, hi. Hmm. Kriege ich die? Frizzly Haar. Es scheint, dass du schnell auf die Dinge rauskriegst. Mach da eine Gedichte und eine Lüse davon. Erst wo ist das im Kuhn? Wie sollen wir das wissen, um das zu tun zu tun? Amateur. Komm schon, lass uns weitergehen. Oh, Scheiße! Oh Scheiße, es sind sie! Du Amateur! Bleib still! Hey, du! Du kannst fight, oder? Lass uns gehen! Komm! Das kann ich auch irgendwo her. Wobei ich mir das Video nur geliked habe und dann nicht weiter geguckt habe. Du hast auch eine dieser Dinge? Wir werden sie sicherlich schließen. Lass uns gehen! Lass uns gehen! Mein Leben hängt da. Von Absorger Spital war ja auch ein Meisterlieb. Mein Leben hängt da. Von Absorger Spital war ja auch ein Meisterlieb. Kann ich mir nicht mehr Beisher ausreden. Ich sehe nicht lanzpassen, wie ich ein Meister Frau im jaательsten sehe. Ich seh nicht. greif halt mal an. War klar, dass du es nicht kannst. Das muss ich alles vorlesen. Es wurde einiges selbst vorgelesen. Mona schielt gerade sehr unangenehm. Schwächen und noch eins. Skills haben verschiedene Elemente. Jeder Gegner hat gewisse Elemente, die Schwächen sind. Greifst du die Schwächen eines Gegners an, richtest du mehr Schaden an und bringst ihn zu Fall. Bringst du einen Gegner zu Fall, kannst du eine weitere Aktion ausfüllen. Das nennt man noch eins. Bringst du einen weiteren Gegner zu Fall, erhältst erneut noch eins. Das geht weiter, solange du die Schwächen von Gegner angreifst. Okay, klingt sinnvoll. Ist halt die Frage, ich muss halt wissen, was so Schwächen sind, was so generell Elemente in dem Spiel sind. Und da Mona keine Weakness sieht. Sie lügt mich doch an. Sie sieht Weakness, ich sagte ihm das einfach noch nicht. Er kann, er nutzt eine Persona und Eier. Mach halt Eier. Live der Fluch schon bei einem Gegner. I don't see weakness. Ich finde es ein bisschen unangenehm, wie er sie schielt. Wie er sie schielt. Eier ist Fluch schon. Okay, Fluch ist so ein Element. Okay, okay. War auf jeden Fall keine Schwäche von ihm. Wir sind Level 2, ne. Level 3 sind wir. Ne. Ah ne, unser Personas ist auf Level 2. Wir sind auf Level 3 und Mona ist auf Level 3. Muss man halt testen. Merk, Dinge merken. Hilfe. Ja, aber okay. Ah, guck mal, ah, guck mal jetzt. Würde ich so ein bisschen, okay, zumindest für unser, für unser Morgana, äh, für unser Persona würd ich so ein bisschen. Ich werde schon angesteigt. Was heißt F.O.? Folter? Ich weiß nicht. Ich denke mal, es wird dann halt auch angesteigt, wenn man es halt herausgefunden hat. Nicht übel, denn Persona ziemlich stark. Persona? Meist du dieses Ding, das da so dramatisch aus euch herauskommt? Ja, hast du gesehen, wie Wutu hier seine Maske abgenommen hat, als er sie hergerufen hat? Tja, jeder trägt tief im Herbst eine Maske. Wenn man die auszieht... Hä, ist wieder normal. Keine Ahnung, da stand halt Schwäche, Schwäche und F.O. Keine Ahnung, was F.O. heißt. Kannst du nicht einmal stillsitzen und zuhören, Frau Dr. Blondie? Nähme ich es nicht, Frau Dr. Blondie. Ich heiße Ri... 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 Ryuji. Ryuji. Du willst doch ihr Leben draus, oder? Dann mal los. Aber vorsichtig, hier. Medikamente, dankeschön. Okay. Der ist also stark gegen Flug-Damage. Habe ich F.O. Vorteil? Ja, ich will... ich will mal kurz gucken. Äh, was ist das für ein hässliches Menü? Ferdoner! Du trägst die Maske von Arsenensreis. Hey, ich will mir deine Sets angucken. Nee, die kann ich da machen. Hier, dieses F.O. Wo steht das? Also, wir haben unsere Skills. Wir haben Schwäche, Eis und... Keine Ahnung. Weiß ich es nicht. Da kann ich es jetzt nicht sagen. Was ist denn das vorletzte Element da? Keine Ahnung. Im Zweifelsfall sieht man ja einfach nur... Ja. Also, wenn jemand das auf uns anwendet, ist es doof. Und F.O. keine Ahnung, könnte tödlich sein. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt speichern. Das vorletzte ist heilig. Ah, okay, dankeschön. Kannst du eigentlich die Mütze abnehmen? Ja, kann ich. Und resistent gegen Fluch, also dem letzten. Okay, das letzte Zeichen ist Fluch. Und das F.O. steht, dass ich dafür resistent bin. Okay. Okay. Auch für euch auf YouTube, wichtige Info. Okay. Who are these guys? Do you really think you have time to worry about other people right now? Besides, they're... They're! You should have listened to me. Came from here. I'm glad you stick to your guns. Looks like it's raring to go too. I don't see any weakness. Ja, das... Ja, ja, jetzt denkt man, das findet man dann halt da raus und dann weiß man's halt. Also, soll ich Zeichentutorial machen? Ach, das meiste. Keine Ahnung. Was ist das? Physischer Schaden? Keine Ahnung. Einmal so Feuer, Eis, Elektrizität. Das ist Gift und Schall. Ne, das ist Gift dann. Okay, physischer Schaden. Okay, das habe ich erkannt. Aber das zweite links ist starker physischer Schaden. Ah, okay. Okay, dann haben wir, dann haben wir Feuer, Eis, Elektrizität. Und was ist das? Ich kann auch Erde. Ah, Wind. Okay, Wind. Psycho. Okay, kann man dann wahrscheinlich das Gift. Okay, oder Nuklear. Kann man auch das Gift sagen. Kann man auch Gift nennen. Heilig, genau. Und Fluch. Okay. Wir wissen es jetzt noch nicht, was wir uns da rausfinden. Und am besten Fall, ja keine Ahnung, einfach mal gucken. Wir haben hier... Ah, genau. Wir haben hier Fluchschaden und physische Schaden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie so ein bisschen Probleme mit Fluch haben. Einfach nur so vom optischen. Okay, wenn es daneben zieht, dann kann es natürlich auch was finden. So, einfach noch mal probieren. Ich wollte... Ah, jetzt kann ich... Ah, jetzt kann ich nicht kommen. Ja, guck mal hier. Ja, mach halt normalen Angriff, es reicht an der Stelle. Tobi, das ist mir noch nie passiert. In 800 Stunden, wie ihr seid. Oh, Geld. Ja, freu dich drauf, wenn es jede Woche passieren. Ah, ich bin nicht zufrieden. Oh, nein, ich bin hier. Mit dem Weg. Ah, jetzt ist die Eingangsschale, cool. Ich würde gerne ins Lehrerzimmer gehen. Tatsächlich. Wir sind hier. Oh, endlich, wir sind geschickt. Es hat instead den Level 95. Sterben wir hier? Oh ey, sorry, sorry. Ich muss nicht drücken. Ich muss nicht drücken. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ne. Kannst du immer separat drücken. Danke. Die beiden sind sehr wichtig. Especially der friszy-haired, wenn meine Begründung ist richtig. W-w-wahrscheinlich. W-w-wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr was zu denken. Was war das alles? Das Kastel und Kamoshida? Und dieser wierde Katz? Was ist passiert? Was ist mit der Begründung? Sind Sie Studenten von Shujin? Wir sind in der Klasse? Huh? Nein. Wir versuchen zu kommen zur Schule. Und wir sind in diesem wierde Kastel. Was? Hand auf deine Begründung. Du hast nicht mehr Drogen gemacht. Warum dachtest du das? Bist du sein Freund? Er hat mich gemobbt. Dann solltest du zur Schule gehen. Geh ihn mit dir. Wie ich versuche zu sagen, ich weiß nicht was auch passiert. Wir passen bei Shujin auf unserer Weg hier. Es gab nichts von der Ordnung. Du bist das einzig vernünftiger. Du bist das einzig vernünftiger. Ein Minister für Transport. Er eröffnet seine Resignation. He 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 he. Dinge gehen wie geplant. Sai Nijima. Das erinnert mich. Die SEI ist wohl böse. I guess. Das ist die böse. Keine Ahnung. Automafia. Das ist VW. Das ist der VW Chef. So ist das. VW von Japan. Mittag. VW. 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 Das ist vor dem Koffer. Das ist genau das. Das wollte ich dir fragen. Wir bekommen eine Anruhe von der Polizei. Das verdammt Koffer hat uns auf uns. Hmm. Es ist schwer nicht zu sehen, dich alleine. Wo warst du bis dieser Zeit? Uh. A... A... A castle? So you have no intention of giving an honest answer. What's this about a castle? Kamoshida? You seem so carefree Sakamoto. What a difference from when you did morning practice for the track team. Shut up! It's your fault that it... How dare you speak that way to Mr. Kamoshida? There's not much leeway left for you, you know? He's the one that provoked me. Do you really want to be expelled? In any case, you'll have to explain yourself. Follow me. What? This is bullshit! Come now. I should have been more considerate too. Let's just say that we were both to blame. Well, if you say so. Still, you're coming with me. It's undeniable that you're extremely late. Fine. By the way. You're that new transfer student, correct? Maxill Assassin, yes. Have we met somewhere? At the end. There was a woman in your car. That's right. I remember now. Well, I'll overlook this just for today. I'm sure you've heard from the principle. But cause any trouble and you'll be expelled. Understand? Here are a few more eyes. Come on. Is that supposed to be a joke? I'm not happy. At any rate, hurry up and go to the faculty office. I'm sure Ms. Kawakami is tired of my sleep. Kawakami stinks. It's the only thing that you both have together. I think that was a bit mean. I'm sorry. Okay. Reisen we in the future? How far is it actually? Well, no. Not so quite. Not so quite. Dr. Kawakami stinks. The school turned into an old castle? A talking cat? Are you hallucinating from an overdose? I won't put up with you if you're simply joking around. I'm going to have you continue the story. The one who received a calling card from the Phantom Thieves was an Olympic medalist. An alumnus from Shuzhin Academy. The PE teacher, Suguru Kamoshida. It all came out in his confession. He was guilty of everything. The abuse. The... Violations. But there should have been no connection between the two cases, which he just transferred. Why did you target him? I don't know what I should say. That's unacceptable. Try and recall it once again. System? Die Zusammenfassung deiner bisherigen Geschichte wurde aktualisiert. Um dies zu lesen, öffne mit Reik das Menü und wähle unter System die Option Story. Ich muss ins leerer Zimmer. Was haben wir denn hier? Das Ende der Phantom Liebe? Wie alles begann? Okay, das war quasi der Prolog. Warte, warte. Bis auf dem Professor Layton. Oder Grafiks hier so ein bisschen auf dem Bild da unten. Das kannst du glaube ich so... Das dachte ich mir. Mach ich. Mach ich auch sehr gerne. So, ähm. Das war die Optionstaste. Hier ist das schon ein bisschen. Da 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 da. einen tag zu spät willst auch hier probleme verursachen das ist ein missgeschickt bist verständnis es hat alles mit ein ist hat auch nicht meine entschuldigung auf lager wüsste ich überhaupt ändern das ist sicher ein zeichen dafür würde dich hier benehmen wirst ich will wissen was du arsch ok jetzt ist darauf hin relevant schuladen das ist der schul aber er fühle ich auf jeden fall wie gibt es zum lehrerzimmer gehen die etage zweiter floor second floor also erdgeschoss er hat geschossen für das floor ja das ist gut nicht so wie ein resident evil von 1996 erst mal kacken gehen okay dann gehen wir halt aus männerklo riecht ein bisschen wuffig ist halt nur ist halt eine schultoilette auch keine universitätstoilette sind nicht besser fachgebäude ja jetzt fachgebäude wollen wir nicht verhalte dich wie ein braver füller immer gucken ich gehe jetzt lieber in das lehrerzimmer ja nächster notausgang kann ich irgendwie rennen kann ich irgendwie noch schneller rennen äh wer soll jetzt auch ins fachgebäude rüber gehen klang halt ein bisschen falsch für mich aber ne das spiel will dass ich rüber ins fachgebäude gehe denke ich dann gehe ich jetzt rüber ins fachgebäude ich muss gerade dieses koreanische horrorspiel denken ja ähm gut der sehresimmer müsste in diesem gebäude sein ja dann okay also ja okay ja ich hab doch dann schon alle Töne ausprobiert ähm verbitten siren aber es ist ja ich renne ja schon maximal schnell also bringt mir die Erde ist weiter zu drücken nix ähm der sehresimmer verbitten siren ne ähm weiter ist weiter ist äh äh ich konnte es jährlich erstmal ist ein bisschen klassenzimmer Sie erlauben Verbrecher in unserer Schule, wenn sowas geht es nicht in eine Klasse. Ist ja ein Verbrecher, wenn du nicht feurig bist, wichtig ist nur, was ja gefährlich ist. Jaja. Okay, jetzt ist das Lehrerbüro, ich habe mich davon irritieren lassen, dass die Räume nicht eingezeichnet sind, ich dachte nur, die Räume die eingezeichnet sind auf der Karte sind dann wirklich begehbar. Na gut, gehen wir jetzt mal hier rein. Ich glaube, ich spiele einfach ins Lehrerzimmer rein. Ich war in einem Schloss. Aber die anderen halt auch, aber nur in der Ladeszeit, ach, keine Ahnung. Äh, ich bin mal ehrlich. Wobei dieser Raum ja jetzt auch nicht begehbar ist, ich habe hier eine Karte drin, ja, aber ich kann hier ja nicht frei rumlaufen. Ich glaube, das ist so der Unterschied so ein bisschen. Krise ist nicht sicher. Diese Sakamato. Das war's, ich bin wirklich gut. Die blieben eher ihn, dass wir irgendwie Probleme gemacht haben und sind erstmal so ein bisschen auf dem Schneider. Follow me. Tim? Huh? The one in the Rumors? Being super late on his first day? He really is insane. He looks normal though. But he might slug us if we look him in the eye. Settle down. Well, I'd like to introduce a transfer student. Today we had him attend from the afternoon on since he wasn't feeling well. Alright, please say something to the class. He seems quiet, but I bet when he loses it... I mean, he was arrested for assault, right? Uh, so... Your seat will be... Hmm, over there, the one that's open. Sorry, but... Can the people nearby please share your textbooks with him for today? Ugh, this sucks. Hmm... I think that's a bit too good, Sogan. Lies. You're a girl. Did you catch that? Do those two know each other? Ooh, does that mean he hit on her before transferring here? That means she's cheating on him with Mr. Kamoshida. Then again, this is Takamaki-san we're talking about. Well, for real. That side of the room is totally awful. Oh right, the volleyball rallies in two days. Everyone's just changed classes, so make sure you use that time to get to know each other. Well then, let's get class started. Is it time to be today? Everyone, please rise. Oh, no, no. No, 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 no. I'm not the one who's going to be today. Hm, wie man es sehen will, ne? Aber es ist interessant, interessant, so ein Fakt. Wollen wir mal ein Semester? Wir gehen ja auch im April, ne? Wollen wir mal ein Semester? Der Devil in Zeit auf mich. Und du hast deine Haare zurückgebracht, ne? Sorry about that. Ich werde auf dem Rufdop warten. See? Das ist warum ich nicht, dass du dich involviert hast. Entstanden? Warum hast du einen Studenten wie ihn zu transferieren hier? Er hat bereits angefangen mit Sakamoto zu erinnern. Also, ein Studenten mit einem Kriminell-Rekord und der Kulprin von einem Assault-Case? In diesem Fall wäre es sinnvoll, wie viel ich in der Schule verabschiede bin. Jetzt nicht so, dass du dich nicht so bist. Diese Schule betrifft auf dich, Kamoshidoku. Du bist unsere Star. Aber trotzdem, ein Stadiger Build-Up ist notwendig, hinter dieser Brilliance, auch. Well, your troubles never seem to end, do they, Principal Kobayakawa? All right, I understand. I'll continue to do my best to answer your expectations of me. Sakamoto will wohl dringend über etwas reden, Sakomato. Ich muss mich mit ihm auf dem Dach treffen. Aber, liebe Leute, das wär's an der Stelle für das eine Stunde in. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und, ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, schaut meine Streams und, ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.